Hallo, mein Name ist Meltem Domus. Ich wurde mit der Aufgabe getraut, eine Platte zu entwickeln, die ideal für unsere Miniaturen gedacht ist, damit Ihnen das nicht mehr passiert. So habe ich aus unserer Kollektion die Fine Dining Platte ausgesucht, von der ich überzeugt war, dass sie ideal zu unserem Kiezal von Miniaturen passen würde. Also fing ich an zu basteln und ein Musterzint werfen, das die Miniaturen auf dieser Platte festhält und arretiert. So begann ich dann eine Form zu erstellen, die etwa so aussieht und letztendlich entstand nach einigen Wochen unsere Fine Dining Platte. Etwas abwendert, in die Länge gezogen, in Form von Hufeisen mit perfekten Abständen. Und dabei herausgekommen ist unsere Fine Dining Platte. Sie sehen, dass wir hier diese Hufeisenform haben, diese leichte Steigung haben, auf die wir dann wunderbar zum Beispiel unsere Vitalia-Wilschschirchen platzieren können. Die sind dekoriert mit kleinen Süßspeisen und Sie sehen, dass das Verrutschen hier nicht mehr gegeben ist. Egal wie stark sie es kippen, sie werden von den Hufeisenformen aufgefangen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit diese Platte mit unseren wunderbaren Tierdorfschirchen zu dekorieren, die hier mit Sushi und ein bisschen Scampis befüllt sind und auch hier haben die Schirchen nicht die Chance zu verrutschen. Unsere Platte ist aus echtem Hartporzellan fertig und für den anspruchsvollen gewerblichen Gebrauch geeignet. Sie sehen also, dass Sie hier die Möglichkeiten haben, unsere Vielzahl von Miniaturenartikeln, die Sie auf dem Sortiment finden, zu platzieren. Und falls Ihnen noch weitere Ideen zu dieser Platte einfallen, würden wir uns über eine Resonanz von Ihrerseits freuen. Bis zum nächsten Mal, Ihre Mäthe und Domus von Holzporzellan. Die Geste sind die Wahrheit, die Sie hier sehen. Sie hören, dass Sie jetzt auch ihre Mäthe und Domus von Holzschirchen machen sollen. Untertitelung des ZDF, 2020